Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Bombenstimmung hier bei The Evil Within. Ja, wir haben... Ich hab's geschafft. Ich konnte die Bombe entschärfen, man kann es nicht glauben. Wirklich wahr, ich hab's hinbekommen. Schön, jetzt können wir normalerweise laufen, bis ich wieder eine übersehe und dann macht's boom. So, wir heben noch ganz fix die Sachen auf, die wir schon so da liegen gesehen haben und gefunden haben. Ich fürchte, wir werden das alles brauchen. Und zwar schneller, als mir wahrscheinlich lieb ist. Naja, also, heb auf das Zeug. Danke. Puh, auf jeden Fall, Zoki, ganz ruhig. Bewahr deine Nerven, die Bar, die du noch hast. Das LP dauert noch ein bisschen, fürchte ich. Ja. So, da drüben wollte ich noch zuerst hin. Da war nämlich auch noch eine... Ah! Da! Ha! Fast reingelaufen. Wenn ich Glück hab, ja. Sehr gut. Passt. Platsch. Sehr gut. Äh, wo war jetzt der Schalter? Ich glaub, da drüben, ne? Fürs Ablassen des Wassers, äh, des Blutes. Meine Güte, jetzt sind wir wieder in so einer Drecksuppen gelandet, ne? Sehr ekelhaft. Ich glaub, das war der hier, ne? Ja. So, dann war hier irgendwo... Genau. Hier war was. Streichholz, ob das noch funktioniert. Wenn's so nass ist. Wahrscheinlich. Ich hoffe. Hier war nix so weit, ne? Hier hinten vielleicht. Nope. Muss man sich jetzt ein bisschen umschauen, ne? Dass man auch dann die Sachen mitnehmen kann. Ich will so gerne speichern. Zumindest einen Kontrollpunkt hätte ich gern. Aber ich glaub, da ist auch nix mehr. Jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Hier? Oder drüben? Weil hier war ich ja auch noch nicht, ne? Mal schauen. Auf jeden Fall hab ich eine Bombe gesehen. Schon wieder. Ich mag die Bomben nicht. Das ist ja die Frage, ob's hier weitergeht oder nicht, ne? Ach, du Heilige. Die versau ich sicher wieder. Wenn, dann tut's mir jetzt schon leid. Nein, geschafft. Wow. Hö, hö, hö. Da war jetzt noch eine Tür. Ich will aber zuerst drauf schauen. Aber ist wahrscheinlich keine gute Idee. Aha. Das ist quasi im Kreis herum. Okay, ich seh schon. Ich glaub, jetzt können wir normal gehen. So, mal schauen. Ah, jetzt sind wir wieder da. Okay. Aha, okay. Das geht im Kreis herum. Verbrennen will ich das noch nicht. Da hab ich gesehen, da drüben gäbe es eine Leiter. Da sollte man vielleicht auch noch vorher rauf. Boah, da muss es so stinken, ne? Aha, Strom einfach nur. Oje. Aha. Okay, dann bleibt uns nur mit der Tür da drüben, ne? Heine Güte. Tap, tap, tap. So. Und hoffentlich ein baldiger Kontrollpunkt. Oje. Hallo. Hm. Ähm, meine Waffe. Ähm. Habe ich keine mehr. Oh man, die könnte da hochklettern. Oje. Ich hab keine Ahnung, was ich da mach. Äh, C. 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 Die Ausdauer bei dem ist schrecklich. Ähm. Ich wollte eigentlich sprinten, aber irgendwie. Ja, das hab ich super hinbekommen. Das ist unglaublich. Ja, du kannst super sprinten. Du bist der beste Sprinter auf der Welt. Super. Super. Tritt. Wann ey. Das haut super hin, echt. Was für eine Scheiß. Dumme. Boah. Alter, abheizen. haben wir das geschafft. Er lädt einfach mal nach. Schick mir wirklich. Mich trifft der Schlag. Haben wir das geschafft? Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Irgendwie ist die Tonne auch runtergefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Nein, da trifft der Schlag. Gut, hier haben wir was. Munitionchen. Was treten. Ja, ich werde auch gleich was treten da. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir uns jetzt gar nicht so blöd geschlagen. Erstaunlicherweise. Nur 100? Das ist jetzt echt knausrig. Ich hätte auch gern Psychokinese. So, haben wir hier irgendwas noch? Nein, nicht. Okay. Dann glaube ich, dürfen wir jetzt weiter. Krippel. Elendiger. Kontrollpunkt. Gott sei Dank. Das ist schlecht. Ein Gang. Ein Gang hier ist immer schlecht. Geht zu. Na schön. Wer liegt denn da da vorn? Ach je. Munitionchen. Sind wir vor. Okay. Okay. Ähm. Alter, mir trifft noch mal der Schlag. Was ist das? Was hätte ich jetzt machen sollen? Weglaufen. Kann mit Waffenqualt besiegt werden, aber es ist nicht ratsam, gegen sie zu kämpfen. Wegzulaufen auf Deutschland. Okay. Dann werden wir das auch machen. Zumindest versuchen. Also laufen, weg, tschüss. Okay. Warum jetzt voll? Wöp, wöp. Scheiße. Weg hier. Auf. Ja, wohin jetzt? Falsche Richtung, ne? Ja, ja. Ich hätte an ihr vorbei müssen, ne? Wahrscheinlich. Die Tür ist jedenfalls nach wie vor zu. Einen Schlüssel hätte ich wahrscheinlich finden müssen. Hätte ich aufsperren können und fortlaufen, ne? Okay. Nehme ich jetzt mal an. Oh ja, da werde ich viele Versuche brauchen. Nicht gut. Gar nicht gut. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Und ich brauche dann als nächstes, was ich mir lernen muss, ist Ausdauer. Sehr viel Ausdauer. Wir können die blöde Kuh, aber... Ich werde sie mit der Schrot mal versuchen zu malträtieren, dann. Okay. Hier ist... Gar nix. Nix, nix, nix. Ja, kann auch gar nix. Lahm wie eine Ente, ne? Warum geht das nicht? Warum kann man das aufballern? Scheiße, weg hier! Da geht nix. Ah, da. Nix! Ich hoffe, ich habe alles erwischt. Was willst du, verdammt? Nehmt, druck! Die Rotter drückt. Warum ist die jetzt mit drin? Das sollte aber nicht sein, oder? Irgendwie hat das gerade überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß gerade nicht, ob es funktioniert hätte, oder nicht. Aha. Nimmst du das jetzt? Ich weiß auch gar nicht, ob die Explosion, äh, funktioniert hat. Was willst du, verdammt? Ich glaube, wir hätten das Ding noch mitnehmen können. Die Zeit hätte noch gereicht. Wurscht. Weg. Was macht der da? Ich habe mir jetzt gar nicht umgeschaut. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe sicher alles übersehen. Ich habe sicher alles übersehen. Ich habe sicher grüne Geles übersehen. Und, was weiß ich, ich will da einfach nur raus. Au! Hat der mich jetzt umgebracht? Das heißt, davonlaufen von dem Lebtrottel, oder was? Ach, Mann. Niemals Glück. Ich habe auch keine Ahnung, wohin ich muss. Wow! Oh, Gott. Okay, ich glaube, zurück rauf rennen wird nichts bringen. Ein ihm vorbei rennen könnte vielleicht was, könnte er, ich muss es wieder probieren. Also, dir hilft mir eh nichts, ne? Nein. Ach, ich muss als nächstes unbedingt ausdauern. Ich komme nicht vorbei? Warum komme ich da jetzt nicht vorbei? Erschießen kann man den Deppen ja auch nicht. Oder? Hm. Hm. Ich versuch's mal... Dann vielleicht eventuell mit dieser Blend-Dingens. Vielleicht kann ich an ihm vorbeilaufen. Die hat nicht grün geholfen. Na, wie macht... Was muss man dann machen? Zurück rauf rennen wird ja auch nicht die Option sein, oder? Wahrscheinlich doch. Und irgendwie runterhüpfen, was weiß ich. Fallschirm habe ich keinen. Warst, holt, freind, das ist echt lästig. Da. Da hat man vielleicht mal die ganzen Waffen nach. Vielleicht. Schaden kann's ja nicht. Da. Echt warm. Meine Nerven, muss ich echt schon mal sagen. Kann man das hier schießen? Hilft das? Was? Vielleicht. Ich hätte es vorher probieren sollen. Na, keine gute Idee, glaube ich. Hä? Was ist jetzt? Oh, oh. Na, ich werde sterben. Okay, rauf rennen wäre es einfach gewesen. Wie, ich lebe noch? Und das Kapitel haben wir auch geschafft? Man hört meine Verwunderung, gell? Ah. Äh, ja, bitte. Okay. Ja, dann zur nächsten Runde weiter, ne? Ja. Titelbildschirm, ja. Das wäre mir gerade am liebsten. Alter. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß, mir beim Leiden zuzusehen. Darf ja mich jemand unbedingt einweisen. Ja, ich bin schon soweit zum Einweisen. Da brauchst du, das will nicht schon wer, das ist bei mir schon soweit. Na gut, ähm, der Part wäre wieder zu Ende, ne? Alter Schwede. Ja, ich würde sagen, wir beenden diesen glorreichen Part des Überlebens und, ja. Alter Schwede. Ja, wenn ich dieses, wenn wir das Let's Play hier geschafft haben, seelisch und körperlich, dann, ich weiß schon, was wir als nächstes zocken werden, auf jeden Fall nicht sowas. Und, ähm, erst wieder lange Zeit später. Und, ja, okay. In dem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich mit zittrigen Händen und leichter Nervosität, na, extremer Nervosität, von euch und bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Wie gesagt, ich spiele das Blend. Für alle Kenner, tut mir sehr leid. Ähm, außer hat man halt den maximalen Grusel-Effekt auch, bei mir sowieso. Ja, und wir werden uns dann im nächsten Part hören, ne? Bis dahin, tschüssi. Bis dahin, tschüssi.